Hallo, willkommen bei uns hier bei SWISS FILM. Um gleich mal mit ein paar Vorurteilen aufzuräumen. Wir sind aber nicht immer nur am Kaffee trinken. Unser Team hat immer alle Hände voll zu tun und arbeitet total konzentriert. Und wir halten auch Ordnung, ist uns ganz wichtig. SWISS FILM hat immer ein offenes Ohr für dich und kann super mit Kritik umgehen. Spass beiseite. Wichtig bei uns ist das richtige Equipment, damit wir beim Dreh das Beste rausholen. Wie bei den Berufsfilmen für das Kantonsspital St. Gallen. Doch neben dem Material ist eine perfekte Planung das A und O. Die Mitarbeitenden vom Kantonsspital haben uns vorbildlich unterstützt. Die Herausforderung bei den Berufsfilmen war, dass wir acht unterschiedliche Berufe im gleichen Stil inszenieren konnten. Am Schnittplatz, in der Tonbearbeitung und bei den Motion Graphics wird das Drehbuch zu einem lebendigen Film. Wir hatten große Freude zusammen mit dem Kantonsspital St. Gallen und allen Mitarbeitenden dieses Projekt umzusetzen. Wir sagen vielen Dank. Auf Wiedersehen. Und bis bald. SWISS FILM GmbH – Wir erzählen Ihre Geschichte. ZEIN Diefristig Wir stabilize es Ihnen wie ein Infob DAN